hallo leute und willkommen hier bei me apple cat ja wir sind wieder unterwegs in der welt von game of thrones und natürlich ganz ikonisch der eiserne thron der darf doch in so einer sammlung nicht fehlen deswegen bauen wir den heute auch mal und der besteht aus insgesamt ja doch schon recht vielen 258 teilen also relativ vielen teilen für solche sets hier von mega constructs aus der black series da haben die ja so einiges dieser battle beyond the wall dieses set haben wir ja beim anfang oder zum anfang der serie hier bei mir schon gebaut könnt ihr euch gerne anschauen unten in der playlist lego leppin und co da ist das ganze zu finden und heute bauen wir den eisernen thron auf den bin ich schon sehr gespannt der hat insgesamt auch hier so 15 schwerter die man da rausnehmen kann wir schauen nachher mal und einiges an minifiguren mit dabei und die können wir uns direkt mal anschauen die haben wir den reis tag garyen john schnee dann lannister und ja den kennen wir doch schon den nachtkönig jeweils mit einzelnen wappen die kann man dann später und wieder rein klicken und ja ich bin gespannt hier packen es direkt mal aus und beim nächsten mal bauen wir hier den großen kollegen drogen mit den reis tag garyen auf den freue ich mich schon ganz besonders aber heute geht es jetzt eben um dieses set und jetzt muss ich doch mal schauen beim letzten konnte man einfach hier ein drücken und jetzt haben sie hier wieder alles zugeklebt ich brauche ein messer da können sie sich irgendwie auch nicht so richtig einigen ja wie soll denn das verpackungs design jetzt sein zum so aufmachen zum aufschneiden oder naja egal also wir schauen mal rein da finden wir schon hier tütchen tütchen aber ausschütten okay da sind also die einzelnen tüten schon mal raus geflogen das wäre tüte 1 tüte 2 tüte 3 hier sieht man die ganzen schwerter die einzelnen 15 stück sollen es ja sein und tüte nummer vier mit ein bisschen kleinkram und ja wieder einer kleinen schmalen anleitung und da gibt es natürlich keine großen überraschungen wollte ich sagen überraschung nummer eins wir sollen hier erst mal die minifiguren zusammenbauen obwohl die sind doch schon alle fertig zusammen gebaut braucht man noch gar nicht aber naja das ist bei jeder anleitung erst mal so hier bei mega constructs und dann das übliche wie hier gebaut wird da braucht man nicht groß drüber reden also mit farbcodierung kann man hier schön sehen man sieht also welche noppen wohin kommen und hier durch die verschiedenen farben erkennt man ganz gut was dann wohin festgedrückt und aufgesetzt werden soll also insgesamt wir schauen noch mal kurz drüber teile liste werbung haben wir 27 bauseiten dann schauen wir mal wer hier auf dem thron landet und jetzt müsste man natürlich auch noch hier die minifiguren irgendwie ausbekommen ich sehe schon hier sind klebestreifen dran so also die sind ja durchaus hier störrig reingebaut also nummer eins und dann ziehen wir mal hier die zweiten noch raus meine güte also jetzt weiß ich warum das ab 16 sein soll das kriegt ja kein kind auf also da stecken die figuren drin schauen wir uns nachher noch mal ganz genau im detail an ich würde sagen die packung wurde jetzt endlich mal hier von ihrem inhalt befreit ich teile mal hier die tütchen schnell auf meinen tisch aus und dann fange ich sofort mal an zu bauen willkommen auf dem kleinteile schlachtfeld sozusagen ich gebe euch mal einen kurzen zwischenbericht wie es aussieht also das hier habe ich bisher gebaut ganz normal noch mal hier ja der unterbau platten paar steinchen drunter natürlich wieder alles so mega konstrukt typisch marmoriert glänzt ein bisschen sieht ein bisschen nach stein aus sehr schön gemacht das können die am allerbesten es gibt sonst eigentlich gar keinen großartigen hersteller der das in so einer menge macht finde ich sieht mal wieder gut aus und hier haben wir schon angefangen den eisernen thron zu bauen also hier die sitzfläche da haben wir so ein paar abgeschrägte steinchen man sieht das hat mehr so einen bräunlichen ton glänzt und funkelt auch etwas metallisch haben sie ganz schön eingearbeitet und jetzt ja jetzt kommen wir hier an den part die ersten schwerter wurden reingebaut und naja so ein kleiner dämpfer den kann man hier noch mal vermelden ja wir haben formteile also hier vom thron selbst das sind formteile also die werden nicht großartig gebaut sondern da werden später die schwerter einfach nur hier rein gesteckt dafür haben wir hier überall diese kleinen sie klemms die kommen dann in die löcher hier rein so wie es hier schon drin ist und dann kommen da eben die schwerter noch vor ja kann man so machen ich clip das einfach mal so weiter es wäre natürlich wesentlich cooler wenn man jetzt hier die schwerter noch mal oder den ganzen thron mit den schwertern stück für stück nachbauen würde habe ich hier eine andere farbe macht das was aus ich nehme mal die gleiche allerdings ja wer das ding wahrscheinlich unglaublich instabil und zum zweiten gott keine ahnung wie viele schwerte dafür gebraucht würden es wäre auf jeden fall eine richtige teile flut so also hier sieht man wie das dann in etwa ausschaut hier das muss ich noch ein bisschen drehen das soll nämlich mehr so gerade stehen genau so sieht das dann aus also ein bisschen dreidimensional dadurch dass hier die schwerter aufgesteckt wurden und dann kommt das teilchen auch hier an die andere seite und dann haben wir die seitenteile für unseren thron auch schon soweit fertig rein da passt also seite 1 seite 2 und dann kommt jetzt hier noch die rückseite natürlich dran da haben wir hier die teilchen das mit dem ja so rum dann und das kommt dann da noch mit dran und noch eine ganze menge an kleinteilen mehr also soviel zum kurzen zwischen fazit ich bin übrigens bei der anleitung auf der seite 10 gelandet also ne quatsch 11 ist es schon weiter geht's tja und da ist er fertig unser eiserner thron und ich lasse ihn mal so ein wenig herum rotieren dann könnt ihr noch mal schauen wie das hier von allen seiten aussieht bevor wir ins detail gehen ihr seht ich habe die figuren alle schon daneben gestellt und ich habe ja die gute cersei einfach mal hier auf den thron drauf gesetzt kann sich aber alles noch ändern denn wir haben ja nicht nur ihr wappen das jetzt hier oben außerhalb vom bild ist sondern hier hinten noch die anderen wappen der anderen drei figuren das kann man austauschen und dann auf den thron setzen ja wen auch immer man gerne hätte wen man sich am ende gewünscht hätte ja wie das ausgegangen ist naja ist er nicht so für jeden das passende gewesen also wir haben den nachtkönig wir haben john snow für das haus stark und das taggerian logo oder das wappen das haben wir auch noch hinten dran liegen so man sieht aber schon der thron er sieht doch ganz prächtig aus wir haben hier schöne kerzenleuchter an der seite alles schön marmoriert hier hinten die mauer die jetzt allerdings weitestgehend verdeckt ist und bevor ich hier noch weiter herum rede würde ich sagen gehen wir mal in die nahaufnahme das ist der obere bereich des eisernen thrones und hier oben hat man eben diese ganzen spitzen gebaut die alle hier mit solchen sie klemms an dieses ja in diesen runden kreis dran geklippt wurde und die kann man alle auch hier ein bisschen verstellen und einstellen und dann muss man halt schauen dass das einigermaßen passend ist unten drunter sieht man hier einmal das wappen dass man auch austauschen kann ganz einfach durch eines der anderen wappen und die haben muss ich direkt mal zeigen hier eine coole idee gehabt die kann man die schön aufbewahren auf der rückseite und wenn man hier das hebelchen hoch macht kann man die hier so an der seite dann entnehmen das ist einmal hier das wappen des nachtkönigs dann schauen wir uns noch mal schnell an das hause stark das ist hier der wolf kann man sehen so kann man es doch viel besser sehen also das stark wappen und dann haben wir hier noch von unserer ja leider eigentlich lieben aber dann doch verrückt gewordenen daenerys targaryen das drachen wappen aus dem hause targaryen ja schön also kann man dann einfach hier oben austauschen und das nehmen was man da am liebsten hätte ich packe die mal jetzt schnell zur seite jetzt sehen wir auch mal schön hier diese mauer und die hat wieder eine ganz tolle marmorierung hier erfahren dadurch dass hier die kunststoffe etwas gemischt wurden in der spritzform und sieht geil aus muss ich sagen und außerdem haben die auch hier keine geraden kanten sondern die sind so wenn ich mal ran gehe sieht man ja die sind sowie verwittert so ein bisschen abgeschrägt und wirkt dadurch ganz anders viel mehr wie eine echte steinmauer also das gefällt mir ausgesprochen gut gehen wir mal etwas nach oben dann sehen wir dass auch hier vier schwerter angebracht sind hier und hier und auf der anderen seite die dienen da schon mal als deko und noch weiter oben naja das kennen wir ja schon unsere spitzen von der seite sieht das ganze so aus hier sieht man auch schön diesen kerzenleuchter der hier dran gebaut wurde öffentlich ist eine nette optische geschichte dann hier die seiten die kennen wir schon mit den drei schwertern die dran gebaut wurden dann hier einmal die rückseite da haben wir dann auch 1 2 3 4 5 schwerter die noch an das formteil dann dran gebaut wurden und auf der anderen seite sieht es dann eben noch mal genau so aus jetzt noch mal zu den figuren ich habe euch ja schon mal gezeigt jede figur hat hier hinten so ein loch im rücken und hier kann ich euch jetzt gut ein anwendungsbeispiel dafür zeigen wenn wir mal hier genau hinschauen sehen wir dass dort ja so ein transparenter stab ist von da aus geht so eine sie klemm und ja die geht dann eben in den rücken der figur damit die hier auch sitzt denn sie haben ja nicht wie lego minifiguren am hintern hier noch irgendwelche noppen oder sowas die würden hier vielleicht runterfallen also werden die am rücken befestigt und dann hier so rein gesteckt damit sie dann ordentlich auf dem thron auch sitzen können und ja das kann sie gut sieht cool aus aber ich nehme jetzt mal die gute frau lannister einmal hier runter also dann sieht man noch mal wie das gemacht ist hier hinten ist diese sie klemm drin und die ziehe ich dann mal raus und dann können wir das in die nächste figur dann reinpacken und ich zeige euch noch mal wie die lady hier genau ausschaut die ist nämlich gut geraten dafür ein bisschen ranzoomen am besten wir schauen mal hier auf das gesicht also sie hat wieder diese lochaugen gefällt mir persönlicher nie ganz so gut ansonsten ist der druck hier am kopf echt gut geraten da kann man nicht meckern sie hat noch ein diadem oben auf ihre kurzhaarfrisur wie das ebenso kurz vor schluss dann ausgesehen hat und dann ihre ja ihr kriegs outfit sag ich mal mit diesem gummierten rock also schauen wir der dame mal unter dem rock was hat die gute surfer unter dem rock nix ein schwarzes höschen ohne hose und deswegen kann man sie dann auch gut hinsetzen da der rock hier sehr flexibel ist das ist also gummimaterial und vom posen her wie man es kennt arme kann man überall in alle richtungen bewegen und drehen und machen der kopf ist ein kugelkopf lässt sich bewegen das ist bei allen figuren gleich genauso wie die beine die sich hier schön posen lassen also eine schöne figur die kann man kann man so machen also das ist sie die gute surfer und die kommt jetzt mal weg vom thron und ich setze drauf ja kommen wir nehmen hier john schnee der kommt als nächstes dran den setzt sich gleich mal drauf der hat auch genauso wie bei dem anderen z leider ja ein nicht so schönes gesicht ihr seht ebenfalls wieder die lochaugen ein bisschen weiß rundherum der bart und so das ist alles okay aber dann hier bei den ohren dann sieht es dann doch schon etwas unsauber aus da sind die haare nicht mehr ganz so schwarz hinten dran ja es ist ein jammern auf hohem niveau aber sieht hier einfach nicht ganz so gut aus von hinten die haare sehr schön gemacht man muss allerdings bedenken schaut hier meine finger das sind ja echt kleine mikrofigürchen dafür ist die qualität echt gut dann hat er hier einen schönen aufdruck auch hier so einen gummierten rock dass man ihn gut hinsetzen kann auf der vorderseite hat er dann hier noch seinen kleinen brustpanzer mit den zeichen oder hier dem wappen aus dem hause stark den beiden wölfen die sich gegenüberstehen und natürlich hier noch seinem speziellen schwert kann man hier sehen auch das hat ja einen wolfskopf und das finde ich noch mal cool denn das ist hier rein gesteckt kann man dann rausziehen er hat hier also eine schöne möglichkeit wie er sein schwert verstauen kann wenn er es denn nicht in den händen hält also das ist unser guter john schnee und den setze ich jetzt mal hier auf den eisernen thron und dass ihr lieben game of thrones macher wäre ein gutes ende gewesen john snow auf dem eisernen thron mit seinem schwert in der hand ja die schaut hier dumm aus der wäsche aber ich sag mal das wäre mein lieblings ende eigentlich gewesen aber naja so richtig kam es ja nicht dazu sei es drum wir schauen uns noch mal einen kollegen an der ja dann doch relativ schnell verstorben ist also hier der nachtkönig der hat hier seine eisklinge mit dabei am stab und ja ist im prinzip so ziemlich dieselbe figur die wir schon aus dem anderen set her kannten er hat wieder hier diesen transparenten kopf blau transparent der sieht ganz cool aus auch hier so die der sculpt hier das auge passt nicht hundert prozent auf der linken seite jetzt aber ansonsten hat eine schöne rüstung auch hier diesen gummi rock dass man ihnen gut hinsetzen kann irgendwo und irgendwie sieht vom detailgrad her sehr sehr nett aus auch er hat das loch im rücken denn auch er könnte auf den thron gesetzt werden aber wer erst mal am ende kurzzeitig zumindest drauf saß in anführungszeichen das ist ja diese lady das ist unsere dennerys targaryen und bei ihr ja sind so ganz leicht die gesichtszüge entglitten obwohl naja es geht es geht sie hat eben auch die lochaugen ich dachte eben der die eine augenbraue wäre ein bisschen zu hoch gezogen ist sie vielleicht auch auf der rechten seite ansonsten ein schöner druck hier doch auf dem ganzen kopf die haare sind schön gemacht also sauber sauber mit dem zopf und dann ihre robe ebenfalls hier gummierter rock sehr schön bedruckt und sieht nett aus und unten drunter klar bei ihr müssen wir auch und das röckchen schauen hat sie dann eben hier noch braune hosen an mit stiefeln also auch eine sehr schöne figur und die werden wir beim nächsten video auch noch mal sehen gemeinsam mit drogon ja und damit hätten wir auch dieses set hier fertig gebaut zum preis es kostet so um die 18 euro dafür finde ich ist das völlig in ordnung ihr könnt gerne kaufen im link hier unten in meiner video beschreibung dort landet ihr direkt bei amazon gibt es manchmal auch noch ein bisschen mehr preisreduzierung und ja es ist ein schönes diorama genauso wie das andere ich habe die hier mal beide zusammen jetzt aufgestellt auf die platte dass ihr noch mal seht die schlacht jenseits der mauer und die war ja auch schon ganz nett und eigentlich ganz cool schöner als ich dachte das hier hat mir auch spaß gemacht und vor allem sieht es echt cool aus schöne schöne display modelle die mega konstruktion baut und ich freue mich dann auch schon auf das nächste und hoffe ihr seid auch wieder mit dabei wenn der große drache drogon gebaut wird und dann bekommen wir hier unsere zweite daenerys targaryen figur auch noch mal mitgeliefert ja dann hat sie aber noch mal was anderes an frauen die haben ja zum anziehen ist anderes thema auf jeden fall das wäre es gewesen für heute ich bedanke mich fürs zusehen freunde und wir sehen uns beim nächsten mal wenn es wieder um das lied von eis und feuer geht also bis dahin macht's gut bis dahin